Der Herr Abdrushin spricht an alle reifen Menschengeister. Es ist der 18. Juli 2024. Wohl sollen euch diese Worte in den Ohren klingen. Heilige Gotteskraft sei mit euch, die ihr die rechten Wege dankbar gehen wollt. Diese Worte habe ich einst zu meiner Erdenzeit gegeben. Sie bleiben ewig, vergehen nie. So dürft ihr freudig doch voranschreiten. Zögert, hadert nicht in all euren Taten für das Licht. Euch wird gegeben wie angewiesen. Doch dankbar sollt ihr gehen, allzeit. Dankbarkeit wischt die Traurigkeit euch von der Seele. Es wird sie erquicken und zu neuen Taten führen. Befreit euch von der Schwere des Alltages. Geht dorthin, wohin die Kraft euch ruft zu wirken, recht im Licht. Kraftvoll sollt ihr sein. Gebt Raum dem Nächsten, der noch etwas Zeit bedarf, sich aufzuschwingen, damit er frei sich entscheiden kann. Nur wozu sein freier Wille bereit ist, zu tun und zu sein, das ist er fähig, als Land zu betreten. Es ist die Gleichart, die ihn drängt. Die Gleichart, die sich findet, in unterschiedlichster Art den Lichtdruck, schneller oder langsamer, zu ertragen. Die Reife im Bewusstwerdenprozess, zur Vollkraft geistigen, geistigen Könnens vorausgesetzt. Im Licht wirken. Allzu leicht mag es euch klingen, von euch oft im Wort benutzt. Die Schritte zu gehen müsst ihr doch bereit sein, überwinden so vieler Hemmnisse, die ihr euch selbst in den Weg gelegt habt. Leicht hättet ihr aufsteigen können und müssen, nach Gottes Wille. Alle Hilfen waren euch in der normalen Entwicklung eines Menschengeistes gegeben. Verführung vielerlei Art hat euch abgelenkt von eurem rechten Weg. Die Kraft habt ihr vergeudet, in eigenwilligem Tun. So findet euch neu. Wer seid ihr? Wohin wollt ihr gehen? So einfach die Fragen, doch der Antworten viele. Antworten, die euch der Verstand gegeben. Damit versagt dieser euch die eine rechte Richtung. Nach oben, dem Vollgeistigen zu, müsst ihr euch bewegen. Alles ist Geist, höre ich Menschen sagen. Wäre es so, wäret ihr alle im demutsvollen Aufblicken zu Gott. Noch handelt dir wieder diese Aussage im Angesicht Gottes. Das demutsvolle Aufblicken zu Gott alleine ist euer Sein und eure Pflicht. Reine Empfindung, die euch lenkt. Der rechte Weg liegt vor euch ausgebreitet. Leuchtend wirkt der Menschengeist auf diesem schönen Weltenteil, der ihm zur Entwicklung gegeben. Achtsam und in aufrichtiger Sorge für alles, was der Herr erschaffen, ist eine jeder eurer Taten. Dahin führt der rechte Weg des Menschengeistes. Gottes Eingreifen tut Not. Bevor das Bessere noch vergehen muss in diesem Dunkel von Verführung und Versuchung übertöntem Reiche. Ein Ende wird es geben, das sich niemand in seinen künsten Träumen ausdenken vermag. Herzens schreie zum Himmel von den Seelen, die den rechten Weg versäumt durch leichtsinnige Nachlässigkeit, vorbeigegangen an ihrer rechten Pflicht, den Willen Gottes zu erfüllen. freudig, mutig sind sie ausgezogen in das Dunkel, mir, dem Gott Gesandten abdruscheen beizustehen. Allzu leicht ließen sie sich doch verführen, waren der Bequemlichkeit zu geneigt, träge im Geist, den tiefen Fall vor Augen. ihre Binde, die sie sich selbst durch Verstandeswirken umgelegt, ließ sie dies nicht mehr sehen. In ihrer Empfindung im Licht zu stehen, unverrückbar, hielten sie fest. Doch nun seht hin! Jeder Einzelmensch bestimmt seinen Weg. Raft euch auf zu frohen Taten. Der rechte Weg für jeden verschleiert von falschen Taten wieder das Licht. Nur der freie Wille wird euren Geist noch führen, so er noch nicht getrübt durch falsche Hänge, die er sich angelastet durch viele Leben. nicht lösen kann er sich mehr von seinem Karma. Geistige Hänge, die zur Endzeit sich ausleben müssen, zu spät, um abzulegen diese dicken Fäden des Gestrüppes. der freie Wille. Nur wenige können sich dessen noch erfreuen. So freut euch, die ihr noch richtig steht, den rechten Weg vor Augen seht, des Kampfes wert, um einst vor Gottes Thron ehrhaft kniend, im frohen Danke des Erfüllens. Rafft euch auf, nun den Weg, die letzte Wegstrecke dankbar, in Erfüllung zu gehen. Alle Tränen werden weggewischt mit der Lichtkraft Gottes, die eure Seele mit Entzücken erfüllen wird. So ihr steht im neuen Reich der tausend Jahre. Erlangt habt ihr das Rechte, weit war euer Weg, durch viele Jahrhunderte hindurch euch der freie Wille, den ihr reingehalten, den rechten Weg geleitet. Spannt euch an zum Krampfe für das Licht, so wird sich für euch der Weg öffnen und leicht zu gehen sein, im tiefen Vertrauen, das in euren Geist gelegt. Veredeln sollt ihr alles, was euch von Gott gegeben, Körper, Seele und Geist. In der Vollkraft stehen muss euer Körper, um einen starken Geist und die durchglühte Seele in sich zu tragen. Achtet eurer Eigenart, stärkt sie, unbeeinflusst vom Nächsten, um ein brauchbares Glied im Ganzen zu sein. Lasst stehen alle Zweifler, Nörgler und Verstandes Menschen, die besser wissen wollend schmeichlerische Worte oder drohendes Wort gebären. Sie werden vergehen. Ehrt das Wort, das sich euch vertrauensvoll reichte. Ehrhaft sollt ihr es nützen. Nur den ehrlich Suchenden sollt ihr geben. Vertändelt nicht eure Zeit, die euch noch geschenkt wurde, um euch selbst an Körper, Geist und Seele zu reinigen und zu stärken. Damit ist in euch der Raum geschaffen, der würdig ist, die Wahrheit aus Gott in sich zu tragen. Die Wahrheit wird aus euch heraus dann leuchten, wenn die Stunde kommt. Dann seid ihr an dem Ziel, dass ihr euch einst gesetzt. Dabei sein wolltet ihr im letzten Gefecht, um zu dienen dem Hörsten, seine reifen Menschengeister, die suchen sich nach ihm sehnen noch. Zu erwecken erkennt die wahren Suchenden, das ist eure Pflicht. Erkennt die wahren Suchenden, das ist eure Pflicht. Nicht verschleudern sollte mein Wort an wertloses Gewürm, das sich nur allzu gern nun schmeichlerisch euch nähert in dem Wollen, euch zu schwächen und zu hemmen. Zeit wollen sie auch stehlen, die ihr nicht mehr habt. Blickt nun auf zu Gott. Lasst die Fäden niemals abreißen. Hebt euch auf. Lebt frohes schaffen schaffen im Angesicht des Herrn in der lebendigen Erfüllung des Gebetes. Was euch nicht freudig stimmt, lasst gehen, denn das ist es nicht. Lebt eure Gabe, die ihr daran erkennt, dass diese Aufgabe euch erquickt und freudig stimmt. frei seid ihr all das zu tun, was eurem Geist das Licht ist. Wohlauf im Schreiten des rechten Weges aufblickend zu Gott, worin eure Glückseligkeit ruht. Welch Freude dies im Erleben zu empfinden, den Schatz zu heben, das euch in den Schoß gelegt. Ehrhaft stehen soll der Mensch in meiner Schöpfung, von mir in sein Amt gewiesen, ausführend ohne Argwohn, kindlich leicht wird ihm gelingen, was ihm die Gabe schenkt. Reicht mir die Hand, der ich euch leiten kann, den rechten Weg zu finden und zu gehen. Er bittet die Kraft aus Gott für all euer Licht des Schaffen. So wird es euch geschenkt, wie ich einst gesprochen. Heilige Gotteskraft sei mit euch, die ihr die rechten Wege dankbar gehen wollt. Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens und lebendig seid ihr, so ihr mein Wort lebendig in euch tragt. Der Schatz, der euch der Schlüssel ist, in eure lichte geistige Heimat einzugehen. Leuchtend wird der Geist einst stehen in den Reichtum seines Erlebens als Wert in sich tragend nie vergessend, welch Unheil das Abwenden von Gott dem Menschen Geiste zu bringen vermag. Der Schrecken sitzt tief, den der reife Menschengeist noch erleben muss, um diese Erkenntnis tief in sich zu tragen. Hadert nicht mit den Euren, die sich längst entschieden haben, abwärts zu gehen. Dem könnt ihr nicht entgegentreten, nichts erwirken für diese. Mitgefühl habt. Mitleid im Herzen kann euch gefährlich werden. Prüft schon jetzt einen jeden, den ihr liebt, ob er recht im Willen Gottes sich bewegt oder ob er längst dem Dunkel die Hand gereicht. steht er auf der Seite des Dunkels, so zeigt ihm klar, wo euer Weg ist und dass ihr nicht mehr in seiner Nähe euch bewegen werdet in eurem Wirken. Die Wesenhaften werden ihre Arbeit tun. So achtet ernsthaft, wo ihr steht. Naht den Menschen, die gleich euch dem Gottes Willen schwingend dienen. So steht ihr recht. Es ist euer Schutz, die Gleichheit zu suchen. Im Finden werdet ihr Erfüllung eures Seins finden. Eure Gabe wird erstarken, da durch Gleichheit alles Geistige erstarken muss. Siehe, Mensch, was dir nützet und reife in deiner Sehnsucht danach. Frieden und Heil liegt darin. So wird die kleine Schar sich bilden. Nur ehrenwerte Menschengeister werden nahen, da nur deren Kraft ausreicht, sich dem zu nahen, der von mir gesandt. Kein Wort darüber will ich verlieren, denn dazu ist alles gesagt. Wer wahrhaftig sucht, der wird finden. Euch ist alles gegeben. Verwehrt ihr euch dieses hohe Ziel nicht durch Dummheit und Dünkel. Nun rufe ich die kleine Schar verbindet euch im Jetzt werdet ihr erstarken, sodass die Stunde kommen mag, indem ich alles hinfortfegen werde, was nicht dienlich ist dem Licht. Die Stunde ist gesetzt. An euren Seelen wird gerüttelt, sodass ihr erkennt und keine Zeit verliert, euren Posten an rechter Stelle einzunehmen. Jetzt zählt die Stunde. Bewegt euch mit Mut und Kraft dem Licht entgegen, so euer Weg sich erfüllen will. Dies spreche ich zu euch. Ihr, die ihr gelobt habt, vor meinem Angesicht, ich sehe euch. Geht hin und erwehret euch. Hierzu bedürft ihr meine Kraft, die ich euch versprach. Wenn ihr überzeugt darum sie erbittet, es wird gegeben euch in reicher fühle. Seid getrost, vertraut dem, was euch gegeben. So rufe ich heute euch zu. Heilige Gotteskraft sei mit euch, die ihr die rechten Wege dankbar gehen wollt. Im frohen wirken geht dahin. In Liebe grüsst euch Abdrusheen. Empfangen von Elisabeth Silvia Angelica Bayer 18. Juli 2024 und 24 20. 20. Das war's für heute. Das war's für heute.